Hallo und schön, dass du da bist. Ich bin Rico. Märchen sind toll. Wenn du keines mehr verpassen willst und den Kanal noch nicht abonniert hast, dann abonniere ihn und aktiviere auch die Glocke. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Vom kleinen Mädchen, das die Sonne aus den Wolken rief. Da war ein kleines Mädchen, Altrud hat es geheißen, aber alle Leute nannten es Trippelschritt. Das war flink mit den Füßen und mit der Zunge, hatte braune Augen und helle Locken und darin eingerahmt ein Gesicht, das sah so aus wie ein Pfirsich, wenn er reif ist und so zarte rote Backen hat. Dies Mädchen wachte eines Morgens auf und rief mit heller Stimme. Mutter, ich will angezogen werden und wenn ich angezogen bin, will ich auf die grüne Wiese gehen und bunte Schmetterlinge haschen. Da sagte die Mutter. Angezogen sollst du werden, aber auf die grüne Wiese kannst du nicht und die Schmetterlinge sind gar nicht da. Die Sonne hat vergessen aufzustehen und die Wolken gießen herunter, dass draußen alles schwimmt. Wenn es nur das ist, meinte Trippelschritt, da weiß ich schon Rat, ich will hinausgehen und die Sonne aus den Wolken rufen. Die Mutter lachte und sprach, wenn du das kannst, das tu nur, dann musst du durch den Wald gehen, der hinter unserem Hause ist und wenn du durch den Wald bist, steige auf den Hahnenberg. Wenn du dann rufst, kann dich die Sonne besser hören, aber vergiss nicht, einen Schirm mitzunehmen, sonst wirst du nass. Einen Schirm brauche ich nicht, antwortete das kleine Mädchen. Ich weiß was Besseres. Und damit ging es über die Diele nach vorn, wo die Großmutter wohnte. Die saß in ihrer Stube und spann. Es klopfte an die Tür und ging hinein und bat, Großmutter, leih mir deine Nebelkappe, ich will hinaus ins Wetter. Da gab ihm die Großmutter ihre Kappe und sagte, Gib aber fein acht, sie muss unter dem Halse fest zugeknotet werden, sonst verlierst du sie. Als nun Trippelschritt die Kappe hatte, setzte es sie auf seine lichten Locken und ging hinaus. Ei, wie goss es da. Aber davor war dem kleinen Mädchen nicht bange. Es machte Trippeltritt und Hüpfschritt, drehte sich dreimal im Kreise und dabei sang es, Fünf Schritt vor, dann zwei zurück, Hundert Schritt, dann bück den Rück, Regen fließt ins grüne Gras, Macht mir meine Schuhe nicht nass. Danach ging es mir nichts, dir nichts in den Wald hinein, Und es ist wunderbar zu sagen, Es bekam keinen Faden nass in seinem Zeug. Als es nach vorn im Walde war, Stand dort ein großer Pilz, Darunter saß ein Zaunkönig mit seiner Frau. Na, was tut ihr denn da? Fragte Trippelschritt. Wir bauen uns ein neues Schloss, gab der Zaunkönig zur Antwort. Aber es ist noch kein Dach darauf, Und da sind wir hier untergekrochen. Tritt nur herein, es ist noch Platz genug, Draußen wirst du nass. Danke, erwiderte das Mädchen. Ich habe Großmutters Nebelkappe auf, Die kann schon einen Guss vertragen. Ade! Damit ging es weiter, Und als es in der Mitte des Waldes war, Da eugte ein Fuchs aus seinem Bau und rief, Guten Tag, Trippelschritt. Du draußen in dem Wetter? Komm doch ein bisschen herein Und zeig mir mal, Was für ein sonderbares Ding du auf dem Kopfe hast. Du musst nicht so neugierig sein, Sagte das Mädchen. Übrigens hat dein Haus keine Fenster, Und da ist es mir zu dunkel. So zog es dann weiter durch den ganzen Wald, Und als es ihn beinahe hinter sich hatte, Guckte ein Specht aus seinem hölzernen Hause heraus Und fragte, Hey, kleines Mädchen, Will es denn noch nicht bald trocken werden? Gleich, Antwortete Trippelschritt. Wenn ich nur erst oben auf dem Hahnenberge bin, Da will ich die Sonne aus den Wolken rufen. Wenn du das tun willst, Sagte der Specht, Dann pflück dir den Ahornzweig ab, Der vor deiner Nase hängt. Unter seinen Blättern sitzen drei Marienkäfer. Die kennen die Sonne besser, Als einer von euch Menschen sie kennt. Die werden dir helfen können. Da brach sich das Mädchen den Zweig ab, Und dann ging es den Hahnenberg hinauf. Nun war es ganz im Freien, Und hu, Kam der Wind ihm entgegengelaufen Und schrie ihm zu, Lauf nach Hause, Trippelschritt, Ich will nicht haben, Dass du die Sonne aus den Wolken rufst. Und dabei wollte er ihm den Regen In die Augen spritzen. Da lachte ihn das kleine Mädchen aus, Drückte sich seine Kappe fest aufs Haar Und stieg tapfer weiter. Fünf Schritt vor Und zwei zurück. Und nach hundert Schritten Bück den Rück. So war's beinahe oben, Nur sechs Schritte noch. Da freute es sich Und lachte hell auf. Aber es freute sich ein wenig zu früh Und vergaß das letzte Bück den Rück. Und da bekam der Wind War es pudelnass. Aber es biss tapfer die Zähne zusammen Und quälte sich doch den Berg hinauf, Den Zweig mit den Marienkäferchen Noch immer in den Händen. Als es nun oben war, Rief es laut mit heller Stimme Sonne! Frau Sonne! Liebe Frau Sonne! Und rief wohl ein Dutzend Mal und mehr. Aber die Sonne konnte nichts hören, Denn der Wind heulte so laut, Als wenn tausend Wölfe bellen. Da dachte Trippelschritt An die Marienkäferchen Hob den Zweig hoch Und sagte Ihr Sonnenküken, Herrgottswürmchen, Fliegt flugsauf das höchste Himmelstürmchen Und sagt der lieben Frau Sonne Bescheid, Sonne soll durch die Wolken lachen Und mein patschnasses Kleid Mir trocken machen, Mein rosenrotes neues Kleid. Nun wollten die Marienkäfer Ihre Flügel ausbreiten. Aber es ging nicht, Denn der Regen war auch gar zu arg. Flugs nahm das kleine Mädchen den Zweig Und warf ihn hoch in die Wolken. So hoch, Dass er gar nicht mehr zu sehen war. Da war der Wind ganz erstaunt Und er schwieg einen Augenblick still. Und das Mädchen rief wieder Frau Sonne! Frau Sonne! Da kam eine klare, Freundliche Stimme aus den Wolken herab, Mit einem Klang, Der einem das Herz warm machen konnte. Und die Stimme rief Bist du das Trippelschritt? Ja, das bin ich! Sagte das kleine Mädchen. Ich bitte dich, Frau Sonne, Schlag doch ein bisschen die Gardinen zurück, Dass die Menschen dich mal wieder sehen können. Als die Sonne das kleine Mädchen So reden hörte, Da musste sie laut lachen. Und sie lachte so herzlich, Dass alle Wolken Angst bekamen. Und sie riefen den Wind und baten, Lieber Wind, Hilf uns fliegen, Sonst wird uns die Sonne Noch die Flügel verbrennen. So hat Trippelschritt Die Sonne aus den Wolken gerufen. Und es dauerte nicht lange, Da war keinem mehr zu sehen. Und die Sonne stand ganz allein am Himmel. Und mit ihren Strahlen Machte sie alles wieder trocken. Zuerst das kleine Mädchen Und dann die ganze Welt. Da sang das kleine Mädchen Und singend hüpfte es Den Hahnenberg hinunter. Und als es unten ankam, Begegnete ihm der Specht Und sagte Sieh mal Trippelschritt, Was ich wohl gefunden habe. Und was war es denn? Seiner Großmutter Nebelkappe war es. Da hat das kleine Mädchen Dankeschön Gesagt und sie mitgenommen nach Hause. Und was hat es dann getan? Auf die grüne Wiese ist es gegangen Und hat die bunten Schmetterlinge Gehascht. Von den Bleisoldaten, Die lebendig wurden Dicht beim Walde stand das Försterhaus Und dicht beim Hause der Backofen. Darin brannte ein tüchtiges Feuer. Denn Rixer, die Magd, Hatte gebacken. Und das Brot sollte bald hinein. Zwischen Haus und Backofen War der Weg mit Steinen gepflastert. Und da spielte Wolf, Des Försters Sohn, Mit seinen Soldaten. Oh, das war ein toller Kerl, Der kleine Wolf. Und seine Soldaten hatten es nicht gut bei ihm. Er wollte alles allein zu sagen haben. Und wenn einer von ihnen einmal umfiel, Dann bekam er noch Schläge dazu. Die Soldaten waren alle Türken. Und die können schon etwas vertragen. Aber dass er sie manchmal ganze Nächte Draußen liegen ließ, Das passte ihnen doch nicht. Denn sie hatten kein Zelt. Und darum wurden ihre bunten Röcke Von Wind und Regen Immer schäbiger und schlechter. Nun kam Rixer, Die Magd aus dem Hause heraus Und wollte nach dem Feuer sehen. Stillgestanden, Kommandierte der kleine Wolf. Steht nicht alle so windschief da Und klappert nicht mit den Zähnen. Wenn euch friert, Kommt ihr in den Ofen hinein. Da standen die Soldaten aber. Sie hatten es wirklich mit der Angst gekriegt. Bloß der alte, bunte General, Der sonst so stolz auf seinem Pferde saß, Bekam das Wackeln. Sein Schimmel hatte ein lahmes Hinterbein. Und deshalb stand er sowieso nicht mehr ganz fest. Und als Rixer nun rasch vorbeilief, Da machten ihre Röcke so viel Wind, Dass er sich nicht mehr halten konnte. Bauts fiel er um. Und da lag er. Bist du aber ein Kerl, Rief der kleine Wolf. Fällst um, wenn ein paar Röcke wehen. Du willst ein General sein? Weißt du was? Du wirst abgesetzt. Du taugst zu weiter nichts, Als dass du umgeschmolzen wirst. Und damit nahm er ihn beim Kopf Und warf ihn in den glühenden Backofen hinein. Da wurde Rixer sehr böse und rief, Was, einen alten, verdienten General Wirfst du ins Feuer? Das sollte deine Mutter wissen. Leider ist sie tot. Aber deinem Vater will ich's sagen. Der kam gerade aus dem Hause heraus, Die Doppelflinte auf dem Rücken. Und nun kriegte er es gleich zu hören. Aber er lachte dazu. Vater, sagte Wulf. Die Soldaten sind aber auch wirklich zu dumm. Ich wollte, sie wären so groß wie du. Ich wollte, sie wären lebendig. Das wär ein anderes Spiel. Ja, Vater, du sollst sie mir lebendig machen. Na, dann gib mal einen davon her, sagte der Vater. Und als er ihn hatte, blies er ihn dreimal an und sagte nur, Witschi-wutschi-watsch. Hinten einen Patsch. Aber der Soldat wuchs nicht davon und wurde auch nicht lebendig. Nee, mein Junge, sagte der Förster dann. Sie lebendig machen, das kann ich doch nicht. Frag mal Knacks, unseren alten Knecht. Der wird's wohl können. Und als er das gesagt hatte, pfiff er seinem großen Hunde und ging in den Wald, um den Wilddieben ein paar blaue Bohnen auf den Pelz zu brennen. Gleich ging Wulf zum Knecht und sagte, Alter Knacks, du sollst mir meine Soldaten lebendig machen. Aber der guckte ihn verwundert an und antwortete, Mein Jung, sowas kann ich nicht. Da musst du zu Arend Schepa gehen. Das ist ein Hexenmeister. Gut, ging der Junge zu Arend Schepa. Das war der alte Schäfer, der hütete seine hundert Schafe auf einer großen Weide dicht beim Walde. Du, Arend Schepa, sagte Wulf, bist du ein Hexenmeister? Jawohl, antwortete Arend Schepa. Wenn der erste Mai kommt, flieg ich immer mit nach dem Blocksberg. Oh, das ist gut, meinte Wulf. Da kannst du mir auch meine Bleisoldaten lebendig machen. Das ist nichts, sagte der Schäfer. Das kannst du auch. Du stellst sie alle in Reihe und Glied, pustest sie dreimal an. Das hat mein Vater auch schon getan, aber es hat nichts geholfen. Ja, man muss dazu sagen, Ble und Tin, Leben, Rinn, und dann wirst du ja sehen. Das will ich gleich mal machen. Halt, rief der Schäfer. Und wenn sie dir nicht gehorchen wollen, dann sagst du bloß, Tin und Schrot, alle Wäder tot, und Bums, sind sie wieder klein und zahm. Das hörte der Junge nur noch halb. Flink wie die Schwalbe huschte er heim, und nun stellte er sein ganzes Heer auf. Da waren drei Kompanien Fußsoldaten, und in jeder Kompanie standen zwölf Mann, und vor die Fußsoldaten stellte er ein Schwadronreiter. Das waren auch zwölf Mann, und überher ein dicker Wachtmeister. Der kam ganz vorn hin, und zu beiden Seiten standen die Kanonensoldaten. Eine Kanone an jeder Seite und fünf Mann dabei. Als nun alles fertig stand, kniete er nieder und blies sie dreimal an und sagte laut, Bläh und Tin, Leben rin. Und rups, schwups, Wunder, oh Wunder, da ward das ganze Heer lebendig, und die Soldaten wuchsen viel schneller als große Bohnen wachsen, und rups, schwups, waren sie dem kleinen Jungen über den Kopf gewachsen, vor allem die Reiter. Die sahen von ganz oben auf den Kleinen herab, der zu ihren Füßen lag. Als der nun sah, was für eine gewaltige Armee er hatte, sprang er auf, reckte sich und rief laut, Achtung, alle Türken stillgestanden. Meint ihr aber, die hätten gehorcht? Oh nein, sie fingen laut an zu lachen, so laut, dass Rixer aus dem Hause herausgelaufen kam, und als sie das große Getümmel sah, schrie sie, Wulf, Wulf, was ist das? Alle meine Soldaten, rief Wulf. Und nun wollen wir mal sehen, wer hier Herr ist. Noch mal stillgestanden, und wer nicht gehorchen will, der fliegt in den Backofen hinein, gerade so wie euer General. Da ging aber ein Gebrüll los. Der General, wo ist der General? Und das Gebrüll wäre noch viel schlimmer geworden, wenn sich der dicke Wachtmeister nicht im Sattel umgedreht hätte. Der rief mit Donnerstimme, Stillgestanden! Und da war alles still, und keiner rührte sich, als waren sie wieder aus Blei. Kameraden, sagte der dicke Wachtmeister, Seht ihr den Knirps da? Ich denke, wir kennen den Bösewicht. Sonst war er größer als wir, und wir haben uns schinden müssen den ganzen Tag, aber immer stramm stehen, immer auf dem Posten, und nicht einmal satt essen dafür, und nachts kein trocken Stroh. Und heute? Was hat er heute getan? Heute hat er unseren alten General, als er mit seinem kranken Schimmel umgefallen ist, unseren General hat er genommen und in den glühenden Ofen geworfen. Dafür muss er bestraft werden! Schrie die ganze Armee. Jawohl, dafür soll er bestraft werden, sagte der dicke Wachtmeister. Achtung, Erste Kompanie, ihr nehmt den Bösewicht gefangen und stellt ihn dort gegen die Mauer. So, so ist's gut. Achtung, ladet das Gewehr. Nun will ich zählen. Eins, zwei, drei, und auf drei drückt ihr ab, und dann ist der Mause tot. Oh Gott, oh Gott, rief Rixer die Magd. Ihr Soldaten, so was dürft ihr nicht, das sag ich seinem Vater. Ho, ho, rief die Erste Kompanie. Sollen wir die auch gegen die Wand stellen? Nein! sagte der Wachtmeister. Die hat gescholten, als er unseren General ins Feuer warf. Die soll leben bleiben. Lauf weg, alte Hex! Da lief Rixer in den Wald hinein und suchte den Vater. Aber der Junge stand ruhig an der Wand und fing laut an zu lachen, als die Soldaten ihre Flinten hoben. Was, ihr Kümmeltürken! rief er laut. Ihr meint, weil ihr groß seid, könnt ihr mit mir machen, was ihr wollt? Wart, ich will euch schon klein kriegen. All wer da tot! Nein, Tin und Tin und all wer da tot! Oh Gott, oh Gott, da fehlte ihm ein Wort und das wollte ihm nicht wieder einfallen. Tin nun, oh Gott, und nun beberte dem kleinen Jungen die Böcks. In diesem Augenblick guckte Knacks, der Knecht, um die Ecke. Als er aber sah, was dort geschehen sollte, beberte ihm auch die Böcks und er verschwand wieder um die Ecke und lief auf die Heide. Achtung! kommandierte der Wachtmeister. Eins! Halt! rief da eine Donnerstimme und der Förster kam, der trat ganz fest dazwischen. Tackelzeug, was macht ihr auf meinem Hofe? Wir üben Gerechtigkeit, gab der Wachtmeister zur Antwort. Der Knirps dort hat unseren General ins Feuer geworfen, dafür wollen wir ihn gleich totschießen. Das verbiete ich euch, sagte der Förster streng. Das wär was Schönes, wenn ich sowas leiden wollte. Für einen halben Thaler hab ich euch gekauft, in einer Schachtel habt ihr alle gelegen und nun soll den Wachtmeister der Kuckuck holen. Er hob seine Doppelflinte, legte auf ihn an, zielte und bumm, bumm, gingen alle beiden Schüsse vorbei. Nein, so etwas war dem Förster bei den Wilddieben noch nie geschehen. Achtung! kommandierte der Wachtmeister ganz ruhig. Die zweite Kompanie nimmt den Kerl da gefangen und stellt ihn auch gegen die Wand. Auf den zielt ihr. Ich kommandiere noch einmal. Eins, zwei, na was ist hier denn los? fragte da ganz gemütlich irgendwer. Und wer kam da? Der alte Arendt Scheper kam und bei ihm war sein Hund und hinter ihm kamen seine hundert Schafe und ganz hinten stand auch noch Knacks, der Knecht. Dem beberte noch immer die Büchs und noch weiter hinten Rixer, die Magd. Was hier los ist? fragte der Wachtmeister grob. Der Junge da hat unseren alten General ins Feuer geworfen und nun wird er samt seinem Vater totgeschossen. Das will ich aber nicht haben, sagte Arendt Scheper. Dann wirst du auch totgeschossen, rief der Wachtmeister wild. Wir sind alle Türken. Wir machen uns nichts daraus. Achtung! Dritte Kompanie, nehmt den alten Hexenmeister gefangen und stellt ihn ebenfalls gegen die Wand. Achtung, die Reiterei! Ihr nehmt all die Schafe gefangen. Achtung, die Kanonensoldaten! Ihr schießt das Haus in Brand. Darin wollen wir gleich die Schafe braten. Ich habe Hunger. Alles fertig? Alles war fertig. An der Wand stand Wulf und sein Vater und mitten zwischen ihnen der alte Arendt Scheper. Der rauchte ruhig seine Pfeifer und ihm beberte nicht die Büchs. Achtung! Kommandierte der Wachtmeister. Wenn ich nun bis drei gezählt habe, dann schießt ihr aber wirklich los. Eins, zwei und... Hahaha! lachte da der alte Schäfer. Tin und Schrot, alle wär da tot. Und Rumsbums, oh, wie schnell wurden da die Soldaten wieder klein. Kleiner als Zwerge und sie rührten weder Arm noch Bein. Sieh so, mein Jung! sagte Arendt Scheper zum kleinen Wulf. Nun pack sie mal alle rasch wieder in deine Schachtel. Das war aber ein feines Spiel. Was? Ich muss aber sagen, einen alten General, den darf man wirklich nicht so mir nichts, dir nichts ins Feuer werfen. Das gebrochene Bein Da war der Schmied Hauhau, der Pudel Wauwau und die Katze Miau. Und Hund und Katze waren bei dem Schmied, aber sie konnten sich nicht vertragen. Wenn die Katze in der Sonne lag und tat, als wenn sie schliefe, dann kam der Hund und wollte sie beißen. Aber im letzten Augenblick sprang die Katze auf, geschwind wie der Blitz, und lief in den Garten. In selbigem Garten stand ein großer Birnbaum und auf diesen Birnbaum kletterte sie hinauf, so rasch wie sonst nur ein Eichhörnchen klettern kann. Und sie kletterte bis auf den höchsten Ast. Und wenn sie dort war, machte sie einen hübschen Katzenbucke, streckte den Schwanz gerade in die Höhe und rief hinunter »Etch, schwarzer Pudel, Wauwau, komm auch herauf!« Aber das musste der Pudel bleiben lassen. Denn wenn er auch wohl Krallen hatte, so waren sie doch nicht spitz und scharf und deshalb konnte er nicht klettern. So trieben es Hund und Katze jeden Tag. Aber endlich ward es der Pudel müde, sich foppen zu lassen und er dachte es anders anzufangen. Er ging zu dem Schmied und fragte »Lieber Schmied, willst du mir wohl helfen?« »Gern«, antwortete der Schmied. »Aber sag mir nur, was ich machen soll.« »Was ist ganz leicht«, sprach der Hund. »Du sollst nur deinen Schleifstein nehmen und mir meine Krallen scharf machen.« »Was willst du denn mit scharfen Krallen?« fragte der Schmied. »Ich habe eine Sache mit der Katze Miao«, sagte der Pudel. »Aber wenn ich sie anfassen will, klettert sie auf den Baum. Darum sollst du mir meine Pfoten schleifen.« »So dumm bin ich nicht«, rief der Schmied. »Dann beißt du sie tot und ich weiß nicht, wer mir fortan meine Mäuse fressen soll.« »Ach, tu's nur«, bat der Pudel. »Ich will sie auch nicht totbeißen, nur ein bisschen sausen.« »Dort ist der Schleifstein«, sagte der Schmied. »Schleif dir selber deine Pfoten. Ich will's nun einmal nicht tun.« Der Hund war froh und ging zu dem Schleifstein. Er konnte ihn auch wohl drehen, aber drehen und schleifen zur gleichen Zeit, das konnte er nicht. Da ging der Pudel in den Wald hinein zu dem Fuchse schlau-schlau und sprach zu ihm. »Mein lieber Herr Vetter, willst du mir wohl helfen?« »Ja«, sagte der Fuchs. »Aber ich muss erst wissen, was du mir dafür gibst.« »Einen Hühnerknochen, daran sitzen noch zehn Lot Fleisch.« »Zehn Lot Fleisch? Das ist sehr wenig«, meinte der Fuchs. »Freilich«, sprach der Hund. »Aber es ist eine teure Zeit und dann musst du auch bedenken, dafür brauchst du mir nur eine halbe Stunde den Schleifstein zu drehen.« »Na meinetwegen«, rief der Fuchs zuletzt. So gingen sie also hin. Der Fuchs drehte den Stein und der Hund goss Wasser darauf und schliff sich seine Pfoten. Und als sie nun ganz scharf waren, da sagte der Hund, »Dankeschön« und der Fuchs bekam seinen Knochen und zog ab. Nun war es gerade die Stunde nach Mittag. Die Sonne schien und die Luft glänzte, als wäre sie aus blauen Edelsteinen gemacht. Die Katze lag vor der Hintertür und sonnte sich. Da schlich sich der Pudel hinzu. Leise, viel leiser als sonst, denn seine Krallen waren nicht mehr so plump und beinahe hätte er sie erwischt. Aber noch im letzten Augenblick, husch, strich das Kätzlein davon und flugs, hast du nicht gesehen, in den Birnbaum hinein, hinauf auf den obersten Ast. Katzenbuckel, Schwanz hoch und »Epp, schwarzer Wauwau, hier kannst du nicht rauf!« Aber, oh Schreck, was geschah? Der Pudel bellte nicht wie sonst. Er krallte sich in die Rinde des Stammes ein und begann zu klettern. Zwar nicht so rasch wie die Katze oder gar das Eichhörnchen, aber doch noch rascher als der flinkste Junge es kann. Er kletterte und stieg höher und immer höher und der Buckel der Katze ward kleiner und immer kleiner und ihr Schwanz sank herab, tiefer und immer tiefer und zuletzt hing er ganz schlapp herunter und sie dachte in ihrem Sinn »Was tue ich nun? Gleich wird der dumme Pude hier oben sein und mich beißen!« Und sieh, da war der Hund auch wirklich schon auf demselben Ast, wo die Katze saß, verschnaufte sich ein wenig und dann sagte er »So, du mein Schwarz-Weiß-Ketzelein, mein Seiden-Weiches-Schätzelein, nun hab ich geschliffene Tätzelein, wau, wau, nun will ich bei dir hausen und dich ein wenig zausen, dann lässt du mir das mausen, wau, wau.« Und damit kam er dicht an sie heran und wollte sie bei den Ohren fassen. Aber was nun geschah, das hatte der Pudel mit den geschliffenen Krallen nicht erwartet. Einen Hubs machte die Katze, weit von sich streckte sie alle Viere und so sprang sie hoch oben aus dem hohen Baum hinab auf das grüne Gras. Und es schien, als hätte sie sich nicht einmal wehgetan, denn sie sprang auf und davon. Als der Hund das sah, saß er einen Augenblick ganz starr. Dann dachte er »Springen, ei, springen, das kann ich auch!« Und damit sauste er hinab auf die Erde. Aber als er dort ankam, sagte es »Knack« und er hatte sich ein Bein gebrochen, und zwar das rechte Vorderbein. Da begann ein großes Schreien und Klagen. Das hörte die Katze und sie kam neugierig herbeigelaufen. »Oh, du mein Liebeskätzelein, miau!« rief der Hund. »Nun habe ich mir ein Bein gebrochen. Ich bitte dich, lauf rasch zu dem Schmied Hau-Hau. Ich will dich auch gar nicht wieder beißen.« Da lief die Katze miau zu dem Schmied Hau-Hau und sagte »Du, lieber Schmied Hau-Hau, komm rasch in den Garten. Unter dem Birnbaum auf dem grünen Rasen liegt der Hund Wau-Wau. Aus dem Baum ist er gefallen, ein Bein hat er sich gebrochen und er will mich auch gar nicht wieder beißen.« »Hurre, hurre« ging der Schmied in den Garten und auf dem Rasen fand er wirklich den Hund. »Und der hatte viele Schmerzen.« Da sagte der Schmied, »Du dummer Pudel, das kommt davon. Wer hoch in die Bäume steigen will, der muss auch einen tiefen Plumps vertragen können.« Aber dann nahm er ihn auf den Arm, ging in die Schmiede und da hielt er ihm die linke Vorderpfote ein wenig in das Feuer. Ein ganz klein wenig nur und danach langte er nach seinem kleinsten Hammer. Aus Silber war er gemacht und das gebrochene Bein legte er auf den großen Amboss und mit dem silbernen Hammer schlug er dreimal auf das Bein. Und da war es wieder ganz. Der Schmied stellte ihn auf die Erde und es ist kaum zu glauben, aber er konnte wirklich wieder gehen. Seine Pfoten hat der Vorder aber nicht wieder schleifen lassen, hat auch nie wieder die Katze Miau beißen wollen und sie haben sich gut vertragen, bis sie gestorben sind. Die Trompete, die die Sonne vom Himmel blasen konnte. Das ist schon lange her. Da war mal ein Junge. Der war gar nicht bange und er wusste auch, was er wollte. Was wollte er denn? General wollte er werden. So ein Mann, der über all die Soldaten zu sagen hat, die in den Krieg ziehen müssen. Ist er das denn auch geworden? Jawohl ist er das geworden und da war er noch ein kleiner Knirps. Für zehn Groschen ist er das geworden. Die hatte ihm sein Onkel geschenkt. Als er die hatte, da ging er zu einer alten Frau. Die saß an der Straßenecke in einer kleinen Holzbude und hatte Äpfel zu verkaufen und allerhand Spielsachen, wie sie die Kinder gern haben mögen. Zu der ging der Junge und sagte, eine Trompete möchte ich haben. Schön, hier hast du feine, blanke Trompeten. Jedes Stück kostet fünf Groschen. Nein, sagte der Junge. Meine Trompete soll zehn Groschen kosten, aber damit muss man die Sonne vom Himmel blasen können. Gut, antwortete die Frau. Eine solche Trompete habe ich wohl. Die sieht so schäbig aus, dass sie niemand haben will, aber dafür ist sie auch nur einmal auf der Welt. Das ist die Hauptsache, sagte der Junge, warf seine zehn Groschen auf den Tisch und dafür bekam er die Trompete. Das war nur ein winziges Ding, ganz verrostet und sie hatte auch schon Beulern. Als das Bürschlein das sah, traute es der Sache nicht ganz und fragte, meine Groschen sind alle echt, woran kann ich aber merken, dass diese kleine Trompete auch echt ist und so große Kraft hat? Wenn das jemand nicht glauben will, sagte die Frau, dann setzt du die Trompete an den Mund und bläst zum ersten Male. Trara! Und baut's! Fallen alle Menschen auf die Nase, von denen du es haben willst und können nicht wieder hoch, ehe du es sagst. Und bläst du gleich darauf das zweite Mal? Dann fällt die Sonne vom Himmel und es ist rabenschwarze Nacht. Nun war der Junge zufrieden und er dachte, er habe gerade so viel Macht als der König mit seinem ganzen Heer und nun wolle er in den Krieg ziehen. So machte er sich auf den Weg nach der Stadt, wo der König wohnte. Da begegneten ihm unterwegs drei Räuber. Die hielten ihn auf und sagten, Halt, kleiner Bursche! Wo willst du hin? Das geht euch nichts an, rief der Knirps. Kommt mir nicht zu nah. Ich habe eine Trompete, damit kann ich die Sonne vom Himmel blasen. Oh, sagten die drei Räuber. Das ist ein gut Ding. Das wollen wir haben. Her damit, sonst machen wir dich kalt. Langsam, langsam, gab der Junge zur Antwort und hob seine Trompete. Ehe ich die Sonne vom Himmel blase, sollt ihr alle drei auf der Nase liegen und die Erde küssen. Und schau, als der Junge blies, trara, baut's, da lagen die drei Räuber auf der Erde und zappelten mit Arm und Bein und konnten nicht wieder hochkommen. Da baten und bettelten sie, er möchte sie doch wieder aufstehen lassen und er sagte, ja, wenn sie aus ihren dicken Taschen all das geraubte Gold und Silbe heraustäten, dann könnten sie gehen. Na, das wollten sie erst nicht, aber weil die Erde sie gar nicht losließ, mussten sie es zuletzt doch tun und kramten all das geraubte gut heraus. Dann konnten sie wieder aufstehen und nun guckten sie ganz schief, ob sie nicht über den Jungen herfallen dürften. Aber der hatte noch einmal seine Trompete an den Lippen und da schimpften sie und trollten ab. Da steckte das Bürschlein von dem Gold und Silber so viel ein, als in seine kleinen Taschen hineingehen wollte und da hatte er Reisegeld und das andere bekamen die armen Leute. Ja, aber wo waren sie denn? Ach, arme Leute, die gibt es überall auf der Welt. Man braucht nur zu rufen und gleich sind sie da. Als er nun mit all diesen Dingen fertig war, pfiff der Bub ein munteres Lied und ging in die Hauptstadt des Landes, wo der König wohnte. Da ging es aber hoch her. Auf einem weiten Platze standen all die Soldaten, die der König hatte, die Fußgänger besonders und die Reiter besonders und ebenso die Leute, die mit den großen Kanonen schießen. Die Sonne lachte vom Himmel und spielte mit den blanken, blanken Waffen der vielen Soldaten. Das alles funkelte und blitzte. Der Junge ließ seine Augen um und umgehen, bis er fand, wo der König selber war und bei ihm standen alle seine Generaler. Da trat er kecklich vor ihn hin, verneigte sich und sprach, Herr König, ich möchte gern mitziehen in den Krieg. Das ist gut, mein Junge, sagte der König. Geh zu den Reitern, da kannst du Pferdejunge werden. Das ist mir nicht genug, war die Antwort. Pferdejunge will ich nicht werden, oberster General will ich sein. Oh, da hättet ihr mal hören sollen, wie der König und seine Generale lachten und auch die Soldaten, die es hören konnten, lachten, dass ihnen die Helme auf dem Kopf verwackelten. Als nun alles wieder still geworden war, sagte der König, einen obersten General, den habe ich schon, aber sag mir einmal, wie heißt du und wer bist du und was für eine schäbige Trompete hast du da in der Hand? Der kleine Junge antwortete, ich heiße Fritz Haudenkerl, ich bin nichts und mit der Trompete, die ich in der Hand habe, kann ich die Sonne vom Himmel herunterblasen. Da lachte der König wieder und meinte, so ein Prahlhands sei ihm noch gar nicht vorgekommen und befahl, man solle flug seinen großen Sack bringen und wenn man den Knirps hineingesteckt hätte, solle man ihn 24 Stunden an das Kasernentor hängen. Der Sack wurde gebracht, aber als man das Bürschlein greifen wollte, setzte er flug seine Trompete an den Mund und rief, alles an Boden, nur der Herr König nicht. Dann blies es Trara und Bums klappten alle Fußsoldaten um. Alle Reiter fielen von den Pferden und selbst die starken Kanonensoldaten mussten an die Erde und als sie sich an ihren Kanonen halten wollten, kippten die auch noch mit um. All die Generale, die beim Könige waren, wussten nicht, was ihnen geschah. Als sie auf einmal Staub essen mussten und der König, der allein stand, dachte im ersten Augenblick, es hätte ein großes Erdbeben gegeben. Aber da stand auch noch der Junge, der die Trompete geblasen hatte und dem König kam die Ahnung, das möchte wohl ein großer Hexenmeister sein. So, Herr König, sagte der kleine Kerl, nun blase ich zum zweiten Maler, dann fällt die Sonne vom Himmel und es ist pechdüstere Nacht. Nein, oh nein, rief der König. Die Sonne muss bleiben, wo sie ist und alle meine Soldaten sollen wieder auf die Füße kommen. Wir wollen ja in den Krieg. Fritz hau den Kerl mit der Trompete, ließ die Soldaten aber nicht eher wieder aufstehen, bis der König ihn zum obersten General gemacht hatte und auch ein großes Pferd musste er ihm schenken. Eine Leiter ward angesetzt. So stieg der Bursch hinauf und nun sah er keck und fröhlich von oben auf die Welt herab und alle Leute taten, was er haben wollte. Hat der kleine General denn nun auch wirklich kommandiert? Natürlich. Er musste mit allen Soldaten ins Feld gezogen. Vorher aber musste sich jeder einen Sack machen, viel größer als der gewesen war, wo man ihn hineinstecken wollte. Und wozu haben die Soldaten diese Säcke gebraucht? Passt einmal auf. Als es mit dem Feinde zu einer großen Schlacht kommen sollte, setzte der Herr General sich auf sein hohes Ross und seine Trompete hatte er in der Hand. So ritt er hinüber zum Feinde und als er ankam, fragte ihn der oberste General dort, wer er wäre. Ja, sagte Fritz Hau den Kerl. Erst sage mir mal, wer du bist, dann will ich dir auch sagen, wer ich bin. Ich bin der oberste General. Ja, und ich bin dort der oberste General. Ich bin hergekommen, um dir zu sagen, dass in diesem Kriege kein Tropfen Blut fließen soll. Ihr müsst euch alle auf der Stelle ergeben, dann soll Friede sein. Wollt ihr das aber nicht, so nehme ich diese meine Trompete hier und blase die Sonne vom Himmel herunter und dann ist es stockdüstere Nacht. Als der feindliche General und seine Leute solche Rede hörten, lachten sie, dass sie sich den Bauch halten mussten. Ha, 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 so ein Knirps verlangte, dass so viel große Männer sich ergeben sollten. Davon wollten sie nichts wissen und sie riefen ihm zu, er solle nur blasen. Vor dem verrosteten Ding hätten sie keine Angst. Ich zähle bis drei, sagte der Junge und reckte sich ganz gewaltig empor auf seinem hohen Rosse. Wenn ihr dann nicht die Knie gebeugt habt, müsst ihr alle vornüber in den Dreck. Eins, zwei und drei. Schau, schau, sie standen alle stocksteif, aber lachen taten sie doch nicht mehr. Trara, baut's. Da fielen sie vornüber und zappelten am Boden und konnten nicht hoch. Und solch eine Niederlage war nicht erhört gewesen, solange die Erde stand. Als sie nun alle lagen, winkte der kleine General seinen Soldaten, die in der Ferne warteten. Und nun kam jeder mit seinem Sack heran und steckte einen von den Feinden hinein und band ihn oben zu. So ward im Handumdrehen ein ganzes Heer gefangen, bis auf den letzten Mann. Der Krieg war zu Ende und alle zogen nach Hause und feierten ein großes Fest. Was ward denn nun weiter aus dem kleinen General? Aus dem kleinen General ward mit der Zeit ein großer General und als er später starb, setzte man ihm ein Denkmal. Das war noch viel größer, als er in seinem Leben gewesen war. Hat er denn niemals seine Trompete zum zweiten Male angesetzt? Hat er nie die Sonne vom Himmel herunter geblasen? Niemals. Das ist doch ganz klar. Sie ist noch jeden Tag dort zu sehen. Und wo ist die wunderbare Trompete geblieben? Das weiß ich wohl, aber ich sag's dir kriegst du sie zu fassen und dann bläst du zum ersten Male Trara und wir fallen alle um und dann bläst du zum zweiten Male Trara und die Sonne schießt vom Himmel. Das wäre aber zu schade um die schöne goldene Sonne. Die Prinzessin im Ei Das war der kleine Hans Immermehr. Der konnte König werden, wollte aber nicht. Lieber nahm er ein Pfund Schokolade. Sein Geburtstag war und das ist ein schöner Tag. Da schenkt der Vater etwas, die Mutter schenkt und Onkel und Tante schenken auch, wenn einer Onkel und Tante hat. Heinz Immermehr hatte auf dem größten Tisch in der Stube einen schönen runden Kuchen stehen. Darin staken acht brennende Kerzen, denn er war heute acht Jahre alt geworden und bei dem großen Kuchen lagen feine gelbe Schuhe und ein paar neue Hosen, ein blankes Messer und an Spielzeug dies und das. Aber Heinz Immermehr war damit noch nicht zufrieden. Er wollte immer mehr haben, am liebsten Schokolade und die hatte er nicht gekriegt. Da ging er im Hause umher und wer ihm zuerst entgegen kam, das war die Katze. Zu der sagte er, liebe Katze Passimau, heute ist mein Geburtstag, was willst du mir schenken? schenken. Oh, sagte die Katze, drei junge Mäuse will ich dir fangen. Brrr, Mäuse die mag ich nicht, rief Heinz Immermehr. Gib mir lieber ein Stück Schokolade. Das tut mir leid, sprach die Katze. Schokolade, die hab ich nicht. Ging Heinz Immermehr also weiter und im Stalle da traf er die Kuh. Kuh Bukuba, sagte der Junge, heute ist mein Geburtstag, was willst du mir schenken? Wenn du ein bisschen warten willst, will ich dir frische Milch schenken. Frische Milch? Dankeschön, das ist nichts Besonderes, die bekomme ich alle Tage. Dann ging er hinaus auf den Hof, da waren Gänse und Enten. Ente schnattert Tante, sagte Heinz Immermehr, heute ist mein Geburtstag, was willst du mir schenken? Das hätte ich eher wissen sollen, antwortete die Ente. Ich habe vor wenig Augenblicken ein ganz großes Ei gelegt, das hattest du kriegen können, aber nun hat es die Magd gerade aus dem Nest genommen, doch wenn du wirklich ein Ei haben willst, meine Base, die weiße Witschelwatschelgans muss gleich eins legen, das wirst du wohl bekommen können. Das war Heinz immer mehr zufrieden. Ein großes Gänseei, das bekam er nicht alle Tage, und auch die weiße Witschelwatschelgans war es zufrieden. Als sie hörte, dass des kleinen Knaben Geburtstag wäre, versprach sie ein ganz besonderes Ei zu legen, wie es in der Welt noch nicht da gewesen sei. Er solle nur nach einer Viertelstunde im Garten nachsehen, hinter den Stachelbärbüschen, da würde er es finden. Als die Gans das gesagt hatte, watschelte sie weg, und nach einer Viertelstunde ging Heinz immer mehr hinter die Stachelbärbüsche. Die Gans war nicht mehr da, aber das Ei leuchtete wirklich aus dem Grase hervor. Das war ein ganz besonderes Ei, so groß, wie man es noch nicht auf der Welt gesehen hatte, viel, viel größer als ein Straußenei. Als der kleine Junge das große Ei sah, schlug er die Hände über dem Kopfe zusammen, so verwundert war er, und dann rief er aus, Oh, was für ein großes Ei, das ist ja gar kein Ei, das ist ein Kürbis, und so gelb sieht es auch aus, das ist wirklich das Beste, was ich heute zum Geburtstag bekommen habe. Nun trat er näher hinzu, und weil das Ei so groß war, konnte er es nicht in die Tasche stecken. Er konnte es nicht einmal aufheben. Da nahm er einen Griffel, den er in der Tasche hatte, den fasste er bei der Spitze, und dreimal schlug er damit vorsichtig gegen das Ei. Das klang wunderbar hell, sodass der kleine Junge ganz erschrocken war. Aber horch, da tönte es von innen wie mit feiner süßer Stimme. Stärker, schlag stärker zu, das Licht will ich sehen, will auf Silber und Gold durchwürgt im Schuh mit dir zum Springetanze gehen. Stärker, schlag stärker zu. Oh, kriegte der kleine Junge einen Schrecken. Da war wer im Ei, und das schien kein Küken zu sein, denn solch ein kleines Küken, das sagt bloß Piep. Stärker soll er schlagen? Da nahm er das Taschenmesser, das er zum Geburtstage bekommen hatte, und damit schlug er fest gegen das Ei, aber es ging noch nicht entzwei. Oh, war das aber ein festes Ei. Heuch, da tönte wieder die Stimme, ganz deutlich glockenhell klang sie jetzt. Stärker, schlag stärker zu, wenn du so schwach bist, muss ich lachen, kannst du das nicht tüchtiger machen? Krachen muss es, ordentlich krachen. Na, dachte der Junge, wenn es krachen soll, mir schon recht, und nahm einen alten Besenstiel, der da herumlag und gar nicht wusste, wozu er eigentlich noch auf der Welt war. Den nahm er und schlug mit aller Macht gegen das Ei, dass es nur so krachte, und er traf es so gut, dass es in zwei gleichen Schalen auseinander sprang. Oh, Wunder, da gab es aber etwas zu sehen. In der einen Schale lag ein Pfund Schokolade, und in der anderen saß ein wunderniedliches Mädchen, so fein und klein, das hatte Kleider aus Samt und Seide, und in seinem hellen Haar, da trug es eine kleine Krone, darin war ein Stein, der funkelte wie ein schöner Stern bei Nacht. Ei, was hat das denn zu bedeuten? Ja, sagte das kleine Mädchen, weil heute dein Geburtstag ist, kannst du dir das aussuchen, was du am liebsten haben willst. Da liegt ein Pfund Schokolade, die kannst du gleich kriegen, kannst sie auch aufessen, heute und morgen und übermorgen. Ich aber, ich bin die Prinzessin Astrella. Ich will deine Braut sein und wie eine Schwester bei dir wohnen. Und wenn wir beide groß geworden sind, dann werde ich deine Frau und du sollst König werden. Nun musst du wählen, willst du mich haben oder die Schokolade. Oh je, das war aber eine Frage. Der kleine Heinz immer mehr meinte, kann ich nicht gleich die Schokolade haben und später auch König werden? Nein, sagte die Prinzessin, nur eins von beiden. Da dachte der Junge eine Weile nach. Er sah erst das kleine Mädchen an und dann die Schokolade und dann sprach er Ja, weißt du, du bist ein ganz feines Mädchen und König sein, das ist auch sehr schön, aber das dauert mir doch zu lange, bis du groß bist. Ich will lieber die Schokolade nehmen. Und hast du nicht gesehen, grapste er sie aus der Eierschale heraus. Als fing sie hell an zu lachen, sie klatschte in die Hände und dann rief sie, oh du dummer Heinz immer mehr, wenn du mich genommen hattest, wärst du König geworden und dann hättest du dir jeden Tag ein Pfund Schokolade kaufen können. Nun ist es zu spät, leb wohl. Als sie das gesagt hatte, schau, da hob sich die Eierschale worin sie saß, ganz leicht empor, als wenn es ein Luftschiff wäre und flog der blitzenden Sonne entgegen. Noch immer beugte sich die feine kleine Prinzessin über den Rand und rief ihm mit ihrer glocken hellen Stimme zu, oh du dummer Heinz immer mehr, dummer Heinz immer mehr und das dauerte nicht lange, dann war sie mit ihrem Schiff in dem zarten Blau des Himmels verschwunden. Unten auf der Erde stand noch immer Heinz immer mehr und guckte nach oben. Er sagte nichts. Er fing langsam an von seiner Schokolade zu knabbern. Oh du dummer Heinz immer mehr. Die gläserne Brücke Brüderlein und Schwesterlein wollten zusammen spielen, auf der grünen Wiese, wo die bunten Blumen blühen. Konnten aber nicht hinaufkommen, denn vor der Wiese floss ein Bach und der war tief. Da gingen sie an das Ufer des Baches und riefen Frosch Quarkmaul Frosch Quarkmaul Ja rief der Frosch Hier bin ich Was soll's Brüderlein antwortete Ich bin der Fritz und sie heißt Lise Möchten spielen auf der grünen Wiese Da wollen wir Frosch Quarkmaul fragen soll uns flugs doch durch das Bächlein tragen Könnt ihr Atem holen wenn ihr die Nase unter Wasser habt fragte Die hat sich den Kopf abgefallen, die wollen wir dir dafür geben. Tut mir leid, sprach der Zimmermann. Dafür kann ich es nicht tun. Geh zur Spinne, die macht es vielleicht umsonst. Nun gingen Brüderlein und Schwesterlein zur Spinne und sie riefen, Frau rasch zu Fuß, Frau rasch zu Fuß. Ja? antwortete die Spinne. Hier bin ich. Was wollt ihr denn? Da begann das Brüderlein. Ich bin der Fritz und sie heißt Lise, möchten spielen auf der grünen Wiese. Frosch will uns nicht durchs Wasser tragen, Zimmermann will keine Brücke schlagen. Na, sagte die Spinne, dann will ich es tun. Aber wir haben kein Geld, sagte Schwesterlein. Ist auch nicht nötig, meinte die Spinne. Kleinen Kindern helf ich umsonst. Und sie lieh sich ein kleines Boot von den Blättern des Weidenbaumes, fuhr hinüber und herüber und spannte ihre Seile. Dann lief sie hundertmal überquer und dann war die Brücke fertig. Nun sollte Schwesterlein zuerst hinübergehen. Schwesterlein aber sagte, wenn die Brücke nur hält, ich getrau mich nicht. Ach was, rief die Spinne, ich habe acht Beine und ihr bloß zwei, frisch vorwärts und hinüber. Da fasste Brüderlein sich ein Herz, trat auf die Brücke und fing an zu gehen. Aber sie bog sich durch und mit einem Male, da riss sie ein zwei und Brüderlein wäre in den Bach gefallen, wenn Schwesterlein ihn nicht gegriffen hätte. Das hätte ich nicht gedacht, sagte die Spinne. Aber sie ist wirklich ein zwei. So leid mir es tut, kann ich nicht weiterhelfen. Ich rat euch, geht zum Winter. Der baut fester als der Zimmermann. Flugs gingen Brüderlein und Schwesterlein zum Winter und riefen, Dezembermann, Dezembermann. Ja, gab der Winter zur Antwort. Hier bin ich, was wollt ihr beiden? Da sagte Schwesterlein ganz traurig. Das ist Fritz und ich bin die Liese, möchten spielen auf der grünen Wiese. Frosch will uns nicht durchs Wasser tragen, Zimmermann keine Brücke schlagen. Tat ist die Spinne, da sind wir gekrochen, aber Knacks ist die Brücke zerbrochen. Tröstet euch nur, sprach der Winter. Ich will euch eine bauen. Die kriegt niemand in zwei als die Frau Sonne, wenn sie alle ihre Strahlen drauf losschießt. Nun geht nur nach Hause und schlaft. Wenn die Brücke fertig ist, will ich euch wecken. So gingen Brüderlein und Schwesterlein nach Hause und schliefen die ganze Nacht. Und als es Morgen ward, klopfte der Winter an das Fenster und rief, Ihr Kinderlein erwacht, erwacht, eine Brücke baut ich in der Nacht. Kein Zimmermann baut so fest und schnell. Meine Brücke, die ist aus Glas, so hell. Nun schnell, ihr Kinderlein, kommt und schaut, was euch der Winter für Brücken baut. Geschwind fuhren Brüderlein und Schwesterlein in die Kleider und gingen hinaus an den Bach. Und es war wirklich eine gläserne Brücke darüber. Leise tasteten sie mit den Füßen hinauf. Aber die Brücke war wirklich fest und sie konnten hinübergehen auf die Wiese. Doch als sie nun mit den bunten Blumen spielen wollten, da war keine Einzüge mehr da. Es lag ein weißes Tuch über die Wiese gebreitet, und das war kühler, als wenn es aus Seide gewebt wäre. Da wurden Brüderlein und Schwesterlein traurig und sagten, Was soll uns nun die breite gläserne Brücke, wenn die bunten Blumen nicht mehr blühen? Ei was, Blumen! Rief der Winter. Kauft euch doch einen Schlitten und dann soll der Fritz die Liese über die gläserne Brücke schieben. Hin und her, ganz schnell! Und das haben sie getan. Und der Winter stand am Ufer, die Hände in den Taschen und sah zu. Der Fritz und die Liese freuten sich und dachten gar nicht mehr an das grüne Gras und die bunten Blumen. Aber als sie des Abends nach Hause kamen, da hatten sie beide eine rote Nase. Das weggelaufene Haus Es war Nacht, tiefe dunkle Nacht, denn der Mond war noch nicht aufgegangen. Und in der tiefen dunklen Nacht lag eine Stadt, die schlief. In den Straßen wachte der Nachtwächter. Und wenn auf dem Kirchturm die Uhr schlug, lief er in der Stadt umher und tutete und sang. Und dann wusste der Dieb immer, wo er hingehen durfte. Da ging er in ein Haus. Darin schliefen all die Leute, von denen wir uns etwas erzählen wollen. Der Dieb machte also die Tür auf. Weil sie aber verschlossen war, brauchte er ein Brecheisen. Das konnte sprechen und sagte ganz laut, knack. Das hörte weder Cora noch Nora, weder Dora noch Lora. Auch Bob und Vater und Mutter hörten es nicht. Nur hopp, der Hund wachte auf und rief, Wow, wow. Als der Dieb das hörte, erschrak er so, dass er das Brecheisen fallen ließ. Und dann lief er weg. Die Tür ließ er offen und der Hund schlief wieder ein. Aber weil die Tür nun offen war, zog es. Und da wachte Cora die Puppe auf. Die konnte das nicht vertragen. Denn die stammte aus einem vornehmen Hause. Da dachte sie, Wenn es nun doch einmal zieht, will ich lieber spazieren gehen. Draußen kommt eben der Mond herauf. Und da gehe ich durch Busch und Dorn zum Zauberborn und gucke ins Wasser, woher all die schönen Träume kommen. Und wie sie dachte, tat sie. Wille, Stille, Wachte, Sachte. Wachte, munter die Treppe runter, raus aus dem Haus. Auf der Straße begegnete sie dem Nachtwächter. Der fragte, Kleines, wo willst du denn hin? Nach dem Zauberborn. Das ist verboten. Aber Cora kehrte sich nicht daran. Sie lief dem Nachtwächter zwischen den Beinen durch. Raus aus der Stadt, durch Busch und Dorn, nach dem Zauberborn. Nun war Cora aber nicht leise genug aus dem Puppenwagen geklettert. Und Nora das Baby hatte es gehört und dachte, Tür auf, Cora weg, Nora nach. Raus aus dem Bett, raus aus dem Haus. Aber oh weh, Nun wusste sie nicht, wo Cora geblieben war. Da fragte sie den Nachtwächter, Wo ist die liebe Cora? Und der Nachtwächter sagte, Die liebe Cora, raus aus dem Haus, zur Stadt hinaus, durch Busch und Dorn, zum Zauberborn. Aber das ist verboten. Und als der Nachtwächter sie halten wollte, wischte sie ihm unter dem linken Arm durch. Als Nora die Treppe hinausgestolpert war, wachte Dora die Magd auf. Die musste das Baby eigentlich hüten. Sie fing an zu suchen. Cora weg, Nora weg, Dora nach. Munter die Treppe runter, raus aus dem Haus, und draußen traf sie den Nachtwächter. Lieber Nachtwächter, wo ist die kleine Nora? Die kleine Nora, hinter der Cora, raus aus dem Haus, zur Stadt hinaus, durch Busch und Dorn, zum Zauberborn. Aber das ist verboten. Macht nichts, rief Dora. Und als der Nachtwächter seine Arme ausbreitete, trat sie ihm auf den linken Fuß, und da musste er sie vorbeilassen. Als Dora zum Haus hinausgegangen war, wachte Lora der Papagei auf. Der ward immer von ihr gefüttert. Aber als er nun kein Futter bekam, fing er an zu suchen. Cora weg, Nora weg, Dora weg, Lora nach, breitete seine Flügel aus, brrrr, und flog auf die Straße, dem Nachtwächter gerade vor die Nase. Heeeh, sagte da der Nachtwächter. Heeeh, sagte der Papagei. Bist du das Nachtwächter? Sag mir mal, wo ist die gute Dora? Die Dora, die ruft Nora, die sucht Cora, raus aus dem Haus, zur Stadt hinaus, durch Busch und Dorn, zum Zauberborn. Aber das ist verboten. Ha, 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 lachte der Papagei. Und als der Nachtwächter Arme und Beine ausbreitete, flog er ihm über den Kopf weg. Als der Papagei aus dem Haus hinausgeflogen war, hatte er mit dem einen Flügel hopp, den Hund ans Ohr geschlagen. Davon wachte er auf, guckte umher und schüttelte den Kopf. Cora weg, Nora weg, Dora weg, Lora weg, hopp, nach. Und draußen auf der Straße traf er den Nachtwächter. Wauwau ist die dumme Lora. Die dumme Lora, die schreit Dora, die ruft Nora, die sucht Cora, raus aus dem Haus, zur Stadt hinaus, durch Busch und Dorn, zum Zauberborn, aber das ist verboten. Und weil der Nachtwächter nun schon ganz grimmig geworden war, hielt er Hopp dem Hunde den Spieß entgegen. Aber der huppte darüber weg, biss den Nachtwächter ins Bein und lief ihm unter dem rechten Arm durch. Als Hopp, der Hund auf der Straße, Wauwau sagte, wachte Bob, der Junge auf und rief verwundert, Cora weg, Nora weg, Dora weg, Lora weg, Hopp weg, Bob nach. Raus aus dem Haus auf die Straße. Nachtwächter, wo ist Hopp? Das Vieh hat mich gebissen, sagte der Nachtwächter und rieb sich das Bein. Und dann ist er hinter all den anderen hergelaufen. Hopp hinter Lora, die schreit Dora, die ruft Nora, die sucht Cora, raus aus dem Haus, zur Stadt hinaus, durch Busch und Dorn, zum Zauberborn, aber das ist verboten. Bob wollte aber durch und als der Nachtwächter ihn festhielt, trat er ihn auf den rechten Fuß und so musste er ihn loslassen. Als Bob holterdiepolter die Treppe hinunterlief, war der Vater aufgewacht. »Na, was ist das?« sagte er. »Cora weg, Nora weg, Dora weg, Lora weg, Hopp fort, Bob fort, Vater nach!« munter die Treppe hinunter auf die Straße. »Hey, Nachtwächter, wo ist Bob?« »Bob hinter Hopp, Hopp hinter Lora, die schreit Dora, die ruft Nora, die sucht Cora, raus aus dem Haus, zur Stadt hinaus, durch Busch und Dorn, zum Zauberborn. Aber das ist verboten und weil du die Leute in deinem Hause nicht besser in der Gewalt hast, muss ich dich jetzt gefangen nehmen.« »Esel!« sagte der Vater und zu gleicher Zeit gab er ihm einen Stoß vor dem Bauch, dass er auf den Rücken fiel. Und weil der Nachtwächter von all dem Singen und Sagen ganz schläfrig geworden war, blieb er einfach liegen und schlief. Nun war niemand mehr im Hause als die Mutter. Die war sehr müde. Sie hatte am Abend vorher noch lange gesessen, denn Bob hatte seine Hose zerrissen und die musste sie flicken. Aber jetzt wachte sie auch auf. »Wie, ganz allein? Cora weg, Nora weg, Dora weg, Lora weg, Hopp fort, Bob fort? Vater, wo bist du?« Und als der Vater keine Antwort gab, die weiße Nachtmütze fest zugebunden und nach. Und das Haus blieb ganz allein und das war schlimm. Niemand konnte der Mutter sagen, wo die anderen hingelaufen waren, denn der Nachtwächter lag auf der Straße und schlief. Er schlief und schnarchte, dass alle Ratten, die unterwegs waren, weit aus dem Wege liefen. Also ist die liebe Mutter gar nicht hingefunden? Oh doch, eine gute Mutter weiß ohne weiteres den richtigen Weg schlief. Und so lief sie raus und so lief sie raus aus der Stadt, durch Busch und Dorn, nach dem Zauberborn. Und da standen sie alle herum. Cora und Nora, Dora und Lora, Hopp und Bob und auch der große, große Vater. und alle guckten über den Rand ins Wasser und träumten. Was tat da die gute Mutter? Guckte sie auch hinein. Sie wollte sich schön hüten. Dreimal klatschte sie in die Hände, dreimal ganz leicht und da wachten alle auf, guckten sich ganz verwundert um und dann brachte die Mutter sie alle wieder nach Hause. Aber als sie da ankamen, ja, wo war das Haus? Das Haus war nicht mehr da. Hatte der Dieb es gestohlen? Oh nein, als das Haus merkte, dass es ganz allein war, fürchtete es sich und dann war es auch weggelaufen. Wille, Stille, Wachte, Sachte, weggelaufen aus der Stadt. Das ist eine schöne Geschichte, sagte der Vater. Aber da lag noch immer der Nachtwächter und schlief und schnarchte und der Vater stieß ihn mit dem Fuße an und fragte, Hey, Nachtwächter, wo ist unser Haus? Unser Haus ist weggelaufen. Der Nachtwächter stand auf und rieb sich die Augen und als er sah, wen er vor sich hatte, gab er zur Antwort, Wo dein Haus ist? Raus aus der Welt ist dein Haus. Warum hast du nicht besser aufgepasst? Ja, warum hast du mich auf die Straße geworfen? Da hatte er wirklich recht und dem Vater blieb nun weiter nichts übrig. Wenn sie nicht alle auf der Straße bleiben wollten, so musste er ein neues Haus kaufen. Und so kann man es aus dieser Geschichte sehen, dass man immer gehorchen muss, wenn der Nachtwächter sagt, dass etwas verboten ist. Hans verkehrt Da ist ein Junge. Der heißt Hans verkehrt. Und alles, was er tut, das ist verdrehtes Zeug. Und dies macht er am ersten Tage. Hans, ruft die Mutter, wo bist du? Hier, sagt Hans verkehrt. Was soll ich? Hans, setz den Hut auf den Kopf und dann nimmst du den Topf in die Hand. Zum Kaufmann sollst du und ein Pfund Sirup holen. Ja, Mutter, bin gleich wieder da. Und Hans zur Tür hinaus, hin zum Kaufmann und wieder zur Tür herein. Mutter, oh Mutter! Nun Hans, was ist? Oh Mutter, der Topf hat Löcher, ganz viel. Der Sirup ist all auf die Straße gelaufen. Hans, oh Hans, was hast du getan? Mutter, meinen Hut habe ich auf den Kopf gesetzt und den Topf habe ich vor den Kaufmann auf den Tisch gestellt und gesagt, hier Kaufmann, tu ein Pfund Sirup hinein. Da hat er ganz dumm gelacht und gesagt, wenn du das Geld dafür bezahlst, gebe ich dir wirklich einen Pfund Sirup hinein. Hans, oh Hans, das hast du getan. Den Topf hast du auf den Kopf gesetzt und in deinen Hut hast du dir den Sirup geben lassen. Du dummer Hans, was machst du für Sachen? Ich, dummer Hans, will's morgen besser machen. Und was macht Hans verkehrt am zweiten Tage? Da ruft die Mutter wieder. Hans, wo bist du? Hier, sagt Hans verkehrt. Was soll ich? Geh hinaus mit dem Lämmlein und bring es auf die Weide und dann komm wieder herein und bring Kleinschwester Trude ins Bett. Ich will derweil Kaffee kochen. Ja, Mutter, das will ich tun. Nach einer Weile, die Mutter ist in der Küche und malt die Bohnen durch, da hört sie in der Kammer was schreien und meint, das sei Kleintrude. Als sie aber hineinguckt, da liegt was im Better. Das ist ganz weiß und sagt Bäh! Hans, oh, Hans! Ja, Mutter? Hans, was hast du getan? Hab Schwesterlein ins Bett und Lämmlein auf die Weide gebracht. Oh, das Lämmlein liegt ja im Bett. Oh, Mutter, dann ist das Schwesterlein auf der Weide. Du dummer Hans, Hans, was sind das für Sachen? Ich, dummer Hans, will's morgen besser machen. Und was macht Hans verkehrt am dritten Tage? Die Mutter sagt ihm nichts mehr, denn sie denkt, dass er doch bloß Unsinn macht. Aber da ruft der Hans. Was ruft er denn? Mutter, ruft er. Ich bin so hungrig. Gut, Hans, setz dich auf den Stuhl da und hier den Pfannkuchen. Den isst du auf. Ich gehe in die Küche und dann kriegst du gleich noch einen. Danke, Mutter. Und als sie in der Küche ist und den zweiten Pfannkuchen backt, da ruft Hans verkehrt. Mutter, oh Mutter. Hans, was soll's? Mutter, der Pfannkuchen ist ganz zäh. Ich kann nichts davon abkriegen. Da guckt die Mutter zur Tür herein. Hans, oh Hans, was tust du denn? Ich sitze auf dem Stuhl und will den Pfannkuchen essen. Nein, Hans, du sitzt hier auf dem Pfannkuchen und knabberst am Stuhl. Du dummer Hans, was machst du für Sachen? Ich, dummer Hans, will's morgen besser machen. Nun kommt der vierte Tag. Aber die Mutter denkt, der Hans, der bessert sich nimmermehr. Dann nimmt sie ihn an der Hand und geht mit ihm zum Herrn Pastor. Das ist ein kluger Mann und dem klagt sie ihre Not. Als der Herr Pastor das gehört hat, dann nimmt er ein dickes, dickes Buch und dann fragt er, wie heißt der kleine Junge denn eigentlich? Hans verkehrt. Ja, sagt der Herr Pastor, das ist kein Wunder. Wenn er Hans verkehrt heißt, dann soll er wohl alles verkehrt machen. Fortan soll er Hans richtig heißen. Und das schreibt er in das dicke, dicke Buch. Und dann geht die Mutter nach Hause und Hans richtig auch. Und dies ist der fünfte Tag. Da ruft Hans richtig. Mutter, oh Mutter! Hans, mein Hans? Mutter, jetzt bin ich wirklich Hans richtig. Ich wollte mir Zucker auf mein Butterbrot streuen und diesmal ist es kein Salz. Es schmeckt süß. Das freut mich, Hans. Dann bist du wirklich Hans richtig geworden. Das freut mich auch, Mutter. Aber du könntest mir wohl ein Ei kochen. Ich bin noch so hungrig. Nein, Hans, das Ei, das kocht dir selbst. In der Küche ist heißes Wasser im Kessel. Da lege es hinein. Fünf Minuten nur. Hier hast du deines Vaters Taschenuhr. Da, sieh zu! Ja, Mutter! Und Hans richtig geht. Die Mutter gibt derweil dem Schwesterlein zu trinken. Und das dauert eine halbe Stunde. Und noch immer ist der Hans nicht zurück mit seinem Ei. Da geht sie hin und sieht nach. Hans, oh Hans! Ja, Mutter? Hans, was tust du denn? Mutter, ich koche ein Ei und sehe auf die Uhr. Aber ich weiß nicht, wie es kommt. Die fünf Minuten sind immer noch nicht herum. Hans, oh Hans, das glaub ich wohl. Du kochst ja die Uhr. Und das Ei hast du in der Hand. Du dummer Hans, was machst du für Sachen? Ich, dummer Hans, will's morgen besser machen. Nein, Hans, das wird dein ganzes Leben lang nicht besser werden. Du bist und bleibst doch, Hans, verkehrt. Hãy subscribe cho kênh La La playing de Motor. Hãy subscribe cho kênh La La Ki рад dollars for more. Hãy subscribe cho kênh La La Pi proj Hãy subscribe cho kênh La Laviders� misión.